Hallo ihr Lieben, ich schon wieder. Ein Video mit Sabrina. Heute machen wir mal was ganz Neues. Wir machen ein bisschen intensiveres Cardio-Training. Weihnachten steht vor der Tür, die Weihnachtsrunde. Oder Funde, keine Ahnung, was auch immer. Und zwar stehen wir mit dabei, sind im Gepäck. Und ich möchte heute mit euch einfach ein schönes Cardio-Workout machen. Einfach ein bisschen intensiveres Training, um die Arzt-Brenz nach oben zu fahren und vielleicht auch die ein oder andere Kalorie zu verbrennen. Ich zeige euch verschiedene Übungen. Die Dauer könnt ihr nachher auch selbst erklären. Wie lange ihr mit ihr rumhaltet oder selbstständig für euch umsetzen, nutzen, in welcher Bewegungsausfugung ihr gewisse Dinge macht. Ich zeige euch da dann auch die ein oder andere Option. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir einfach los, ja. Wir marschieren erstmal ganz locker und zu vorne an. Bleib auch bis fest. Die Knie sind so auf die Schultern, kommen hoch, zurück und tief. Die Arme nehmen wir locker mit. Ich möchte stabil, stolz halten. Versucht immer, den Körper so ein bisschen in eine athletische Position zu bringen. Locker bis zu am Laufen. Alternativ, die Joggen hier. Laufen jetzt ganz locker, warm. Sehr schön. Und auch hier können wir dann ganz weit intensivieren, indem wir die Füße, die Beine richtig hoch ziehen. Ja, die Füße Richtung Po. Nehmt die Arme mit. Sehr gut. Und wir nehmen die Arme nach oben. Laufen weiter. Schiebt die Arme weit nach oben. Die Finger lang nach oben. Spreizen. Wenn das zu anstrengend ist, ja, gehen auch marschieren. Nutzt die Option, wenn ihr könnt, laufen. Wenn ihr nach oben auch ein bisschen Platz habt, könnt ihr natürlich noch mal vorlaufen. Und zurück. Komm vor. Und zurück. Komm vor. Und zurück. Und dann haben wir das Ganze einfach auf dem Platz. Sehr schön. Okay. Und wir gehen in den Marsch wieder, oder? Auch hier. Intensiveres Training. Mit Knie rüberziehen. Oder auch hier. Im Laufen. Knie nach oben bringen. Sucht euch eure Option, was euch gut tut. Oder nochmal ein Marsch. Arme dazu. Kontrolliere dich. Spür auf dein Herz. Schau, was deine Bewegung ist. Es geht gut tut. Wichtig ist, wenn du die Knie nach oben ziehst. Wenn du in das Intensiver Training kommst. Acht auf deine Haltung. Bauchmuskelanspann. Stolze Haltung. Stabilität im Körper. Sehr gut. Okay. Wir gehen mit Step Touch. Power. Kommt tief in die Beine. Kommt tief hinein. Und wir gehen in den sogenannten Knee Repeater. Vier. Noch drei. Zwei. Auf geht's. Drei. Zwei. Eins. Und rüber. Drei. 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 Zwei. Eins. Wechsel. Wechsel. Und rüber. Drei. Zwei. Zwei. Wechsel. Wechsel. Und rüber. Auf geht's. Tief in den Schlampein. Und mehr witz. Bleib stabil. Bleib stabil. Im Oberkörper. Und wieder. Tief in den Schlampe. Tief in den Schlampe. Einmal noch. Okay. Joggen. Am Platz. Deine Kerstin noch schön nachziehen. Arme wieder zu. Okay. Marsch. Und noch vier. In den Sauskrepp. Intensiv. Tief in die Beine. Vier Beine noch. Okay. Jetzt ganz so nach hinten. Vier Beine. Vier Beine. Und vier Beine. Tief in die Beine. Vier Beine. Einer mehr. Und komm so. Tief. 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 Vier mehr. Drei. Zwei. Eins. Wechseln bis dahin. Und am Platz. Zieh die Knie nach oben. Rücken. Und am Joggen. Zieh die Knie nach oben. Okay. Komm zurück. Marsch am Platz. Arme mit. Versuch die Intensität zu halten. Stramm zu marschieren. Neue Bewegung. Neue Bewegung. Der Jumping Jack. Oder auch der Hampelmack. Auf vier. Achtung auf deine Haltung. Stolz am Athletisch. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Auf geht's. Wir öffnen. Wir schließen. Erstmal langsam mit Zeit. Dann müssen wir zu und raus werden schneller. Wir locker in die Knie. Und zurück. Auch hier. Wenn du schiefkommst. Hier. Richtung Zehen ausrichten. Tempo. Du schiefst. Okay. Und komm. Zurück. Drücken. Marsch am Platz. Schiff. Wie geht's euch? Wir schieben. Wir schieben. Aber. Dann merken wir auch, dass wir das tut. Okay. Der Touch. und dann wechseln. Go tief in die Baile. Go. Das geht weiter. Wir schieben. Cool. und komm zurück zum Mittag. Marsch. Noch eine weitere Übung, die ich euch zeigen möchte. Kommen wieder aufwischen. Bauch ist fest. Mitziehen. Die Beine zur Seite. Tapp raus. Einfaches Lohn. Das Ganze auch als Double. Das Ganze dann intensivieren. Indem du tiefer in die Beine gehst. Zieh. Die Arme kommen raus. Bauch ist fest. Schulze Brust. Nimm mal die Haltung. Möchtest du noch mehr? Singles. Schwinge nach außen weg. Bleib fest. Bleib stabil. Halt die Knie sopfen. Gleich. Auch hier. Double-Hofisch. Seite, Seite. Zwei rechts, zwei links. Und dann mach dein Ecken. Nimm das so anstrengend. Du arbeitest hier. Suche deine Indusität. Gab uns Ruder sing jetzt. Schwingen. Sehr schön. Wir kommen zurück zum Mittelpunkt. Was zur Seite geht. Das können wir euch auch mal fragen. Kippen. Marchiere. Kick. 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 Ja. Stolz und Haltung. Kick. 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 Auch hier fühle ich frei. Intensität steige. Nehme die Beine auch. Hör kicken. Bleib stabil. Achte darauf, dass du den Oberkörper nicht nach vorne kippst. Die Knie sauft. Auch hier gerne Arme mitnehmen, um die Herzfrequenz noch ein bisschen höher zu treten. Und noch einen kleinen Moment. Komm nach vorne. Arme lang. Oder kombiniere das Ganze. Mit dem Seidkick. Kick. 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 Hoch. Hoch. Saat. Saat. Hoch. Hoch. Hopp. Hopp. Kick. Kick. Saat. Saat. Sehr schön. Wasch am Platz. Ein weiterer Position. Vorher Training. So, das ist das System. Noch ein schöner Schritt, den ich euch zeigen möchte. Das ist der Pony. Seite, Seite. Auch hier locker starten. Ganz ohne Arme. Dann witz. Arme dazu. Oder aber Intensität steigen. Die Beine, die Knie. Hör abziehen. Töp. 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 Oder Kleine. Okay. Junkin. Sehr schön bei mir. So, wie sieht das aus? Erst mal vorordentlich ranziehen. Und komm zu mir. Hopp. Und zurück. Jump vorwärts. Und zurück. Ein und her. Und zurück. Junkin. Letzte Runde. Rund zurück. Marsch. Marsch. Arm platz. Step tap. Kurz runterfahren. Nimm die Oberkörper mit. Die Arme wieder zu. Ziehen zum Bizeps. Arme nach. Schieb raus. Mach noch Platz. So, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt doch wieder ein bisschen Spaß. So, wie ich ins Schwitzen bekomme. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis wir uns endlich wiedersehen. Ich, wie auch der Rest des Enjoy-Teams. So müssen wir euch ganz, 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 ganz toll. Ganz für jeden für euch. Bleibt gesund. Bleibt fit. Sehr gut. Und unsere Enjoy-It-Home. Oder unsere Club-Joy. Videoplatform. Mach Kurs und mach dein Training zu Hause. Geh raus. Beweg dich an der frischen Luft. Aber... Bleibt gesund. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis hoffentlich im Januar. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.